August-Sendung. Und da sind Katharina Herz und Thorsten Benkenstein mit Adio. Adio, der Sommer war so schön. Adio, die letzten Sterne stehen. Adio, das Schicksal lässt uns keine Wahl. Untertitelung des ZDF, 2020 Adio, ganz ohne dich allein. Adio, wird es für immer sein. Adio, wenn ich dich heute Nacht verliere. Adio, mein Herz, die Zion bleibt bei mir. Adio, bevor der Tag beginnt. Adio, bevor wir einsam sind. Adio, gib mich noch mal ein letztes Mal. Geh mich noch mal ein letztes Mal. Applaus